Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja, alle Menschen müssen sterben. Aber du doch nicht, Ani. Ich auch. Alle. Aber der Papa doch nicht. Auch der Papa. Und ich auch? Du auch, aber erst in langer Zeit. Und wir alle erst in langer Zeit. Und man kann gar nichts dagegen tun. Es muss kommen. Ja. Aber jetzt noch lange nicht. Und die Mama. Die ist gar nicht verheißen. Ist die auch tot? Ja. 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 Ja.